Ich hab euch in Sicht, ich bin auf euer Rolf, gleiche Höhe ungefähr. Flugstorch, Schub raus. Vorsicht, ich bin kurz vor dir Alex. Und Bremsen rein, über Lisa kippen und Hilschku, Lack schießen alle Höhen. Okay, ich nehme das vordere Gebäude rechts. Ja, ich nehme linke Seite. Ja, ich bin kurz am Telefon, aber flieg weiter. Buchbänder, Buchbänder, in Richtung Süden, über Lisa raus. Boah. Bamm, Bamm, Vorsicht, Vorsicht, Flack schießen. Richtung Ost rausziehen. Buchbänder geht raus, Führungsmaschinenstorch 1, östlich vom Ziel. Und rankommen nun, na rankommen. Herr Russo. Ost, Ost, Ost. Weiter nach links, ähm, Alex. Wir müssen aus dem Flackbereich raus. Gute Treffer, gute Treffer. Visuell, gute Treffer. Storch 2, Emil. Storch 2, Emil, ja. Storch 2, circa 2 hinter dir, auf 6 Uhr unterhalb. Ja. Ja. Haben Sie sich davon? Gibt da. Da muss ich noch ein bisschen üben mit dir. Alles gut. Wenn ich auf das? Ja, ich bin. Ich bin. Lass nicht. Wann, ich bin.